Im Internet gibt es viele verschiedene Einnahmequellen, die man sich aufbauen kann. Und zehn dieser Einnahmequellen, die ich persönlich mir auch am aufbauen bin, werde ich euch im heutigen Video einmal vorstellen. Und dazu werde ich diese Einnahmequellen für euch auch noch bewerten von dem Zeitaufwand, von dem Verdienst und von den Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Denn viele von euch haben höchstwahrscheinlich gewisse Vorstellungen, wenn sie sich eine Einnahmequelle aufbauen möchten. Der eine möchte sehr viel Geld verdienen, der andere möchte etwas haben, ohne besondere Fähigkeiten mitbringen zu müssen. Und genau diese Entscheidung möchte ich euch gerne mit diesem Video deutlich vereinfachen. Möglichkeit Nummer eins, Naga. Naga ist eine Copy Trading Plattform, bei der man von erfahrenen Trader die Trades kopieren kann, um damit passive Einnahmen zu generieren. Wie man hier auch ganz gut sehen kann, habe ich hier schon 500 Euro einbezahlt. Und sobald ich von der Plattform freigeschalten wurde für das Copy Trading, werde ich hier auch anfangen, die ersten Trades zu kopieren. Ihr könnt euch auch gerne einmal über den Link unten in der Beschreibung völlig kostenlos registrieren, euch das Ganze anschauen. Und wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, habt ihr noch immer die Möglichkeit, dort einzubezahlen. Vom Zeitaufwand her würde ich das sehr gering einschätzen, daher man den Trader wirklich nur kopieren muss. Bei dem Verdienst kommt es darauf an, wie viel Kapital ihr investieren möchtet. Deswegen würde ich das mal in der Mitte ansetzen. Und Fähigkeiten müsst ihr überhaupt keinem mitbringen, denn es geht wirklich nur darum, Trader zu kopieren. Möglichkeit Nummer drei, Creative Fabrica. Auf Creative Fabrica könnt ihr viele verschiedene digitale Produkte anbieten. Das sind meistens digitale Designs, Schriftarten oder auch für das Print-on-Demand-Business gewisse T-Shirt-Designs. Und natürlich könnte man jetzt in Nischen reingehen, wo man sagt, okay, schau mal, ich lerne jetzt so etwas zu zeichnen. Aber es gibt hier auch zum Teil Nischen. Da könnt ihr wirklich sehr, sehr gut als kompletter Anfänger einsteigen. Das ist nämlich hier diese Planner-Nische. Und diese kann ich super easy mit Canva erstellen. Hierfür muss ich in die Suche einmal Planner eintragen. Und schon finde ich hier viele verschiedene Vorlagen, die ich ganz individuell abändern kann. Und wenn ich diese dann abgeändert habe, dass diese Vorlagen nicht mehr erkannt werden, dann kann ich sie nehmen und als digitalen Download auf der Seite Creative Fabrica publizieren. Hierbei macht es natürlich auch Sinn, sich Canva Pro zu holen, denn dadurch hat man Zugriff auf mehr Design-Elemente, wodurch man natürlich auch deutlich vielfältigere Planer erstellen kann. Und ich kann euch nur aus meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass gerade solche digitalen Planer wirklich sehr, sehr gut sich auf dieser Seite verkaufen. Vom Zeitaufwand, der gegeben ist, um solche Planer zu erstellen, würde ich das tatsächlich sehr gering einschätzen. Daher man mit diesen Canva-Vorlagen sehr, sehr schnell diese Planer erstellen kann. Bei dem Verdienst ist das so, dass es eher geringer ausfällt, weil es halt wirklich mehr Richtung kleiner Side-Hustle geht, anstatt wirklich profitable Verdienstmöglichkeit. Und zum anderen, die Fähigkeiten, die ihr mitbringen müsst, sind natürlich auch sehr gering, denn solche Canva-Planner kann wirklich jeder von euch da draußen erstellen. Möglichkeit Nummer 4, iGral. iGral ist eine Cashback-Seite, mit der ihr nicht nur selber mit Cashback Geld verdienen könnt, sondern ihr könnt auch einen Link mit euren Kollegen teilen, um hier wirklich sehr gute Einnahmen zu generieren. Ich habe, wie man sehen kann, mit dieser Seite auch schon 139 Euro verdient und das halt wirklich nur, obwohl ich zwei, drei Videos über diese Plattform gedreht habe und das mit ein paar Kollegen in meiner Instagram-Story geteilt habe. Natürlich ist das aber auch selber eine sehr gute Einnahmequelle, denn ihr müsst überlegen, wenn ihr jetzt als Beispiel auf Galaxus euch einen neuen PC bestellt, dann habt ihr jetzt hier schon, wie man sehen kann, 6% Cashback. Und 6% von einem 1.000 Euro PC ist dann natürlich auch wieder sehr, sehr viel. Aber klar, wenn ich jetzt für 5 oder 10 Euro was bestelle, dann fällt der Cashback natürlich sehr, sehr gering aus. Dann bekomme ich da nur ein paar Cent zusammen. Aber durch diesen Affiliate-Link bekommen wir pro eingeladenen Freund 10 bis 15 Euro gutgeschrieben. Diesen Link könnt ihr entweder in der iGral-App finden oder auf eurem PC. Wenn ihr auf eurem Profil drauf geht, dann geht ihr hier auf Einladungen und unter dem Reiter Einladungen findet ihr hier auch schon den Link und wie man sieht, für jeden eingeladenen Freund bekomme ich nicht nur 10 Euro, sondern auch noch 10% von seinem Cashback. Und das halt wirklich ein ganzes Leben lang. Vom Zeitaufwand her haben wir hier einen mittelstarken Aufwand. Dann von dem Verdienst ist das eher geringer im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten und die Fähigkeiten sind auch gleich bei 0. Möglichkeit Nummer 5, Fiver. Fiver ist wirklich eine meiner besten Einnahmequellen, aber man muss auch hier gewisse Fähigkeiten mitbringen. Trotzdessen leben wir in einer Zeit, wo man sich wirklich so viele Dinge so einfach beibringen kann. Dafür gibt es YouTube, dafür gibt es Plattformen wie Udemy, wo man sich gewisse Kurse kaufen kann. Dadurch kann man innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten sich auch schon eine gewisse Fähigkeit beibringen, um mit dieser dann auf der Seite von Fiver Geld zu verdienen. Das heißt im Klartext, ich brauche keine Ausbildung, um hier gewisse Fotos zu bearbeiten. Weder brauche ich noch eine Ausbildung, um Videos zu schneiden. Das kann ich mir alles komplett selber beibringen, um dann hier auf der Seite Geld zu verdienen. Und ich kann euch sagen, es gibt gewisse Nischen, wie zum Beispiel die Voice-Over-Nische. Da bekommt ihr so krass bezahlt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich kann euch das gerne mal zeigen anhand von diesem Gig. Wenn ich da einmal draufgehe, dann werden wir jetzt auch gleich sehen, dass diese Person für 100 gesprochene Wörter sage und schreibe 62 Euro nimmt. Das heißt für uns im Klartext, wir haben hier einen Aufwand von maximal 5 Minuten und bekommen dadurch auch schon 62 Euro. Das gilt auch für viele, viele weitere Nischen. Also ihr müsst nicht denken, weil ihr jetzt Fiverr kennt und seht, okay, schau mal, hier gibt es immer so günstige Sachen. Also hier zum Beispiel irgendetwas für 10 Euro, was mega aufwendig ist, dass man dadurch kein Geld verdient, sondern es gibt ja auch Leute, die bieten gute und hochqualitative Produkte an und verdienen hier extrem, extrem gutes Geld. An sich ist die Seite natürlich auch wieder völlig kostenlos. Ihr könnt euch hier einen Account anlegen, könnt die ersten Gigs einstellen. Am Anfang werdet ihr hier kaum Sales generieren, aber über die Monate hinweg werdet ihr dann auch sehr, sehr gute Verkäufe erzielen, wenn ihr natürlich dran bleibt und auch alles richtig macht. Vom Zeitaufwand her würde ich das sehr hoch einschätzen, aber vom Verdienst tatsächlich diesmal auch sehr, sehr hoch. Von den Fähigkeiten ist das auch wieder sehr hoch zu setzen, denn es sind natürlich auch gewisse Kenntnisse zu erwarten. Möglichkeit Nummer 6, Udemy. Udemy ist eine Seite, auf der man seine Online-Kurse verkaufen kann und diese Online-Videos, die man für die Kurse erstellt hat, kann man auch auf anderen Plattformen noch publizieren, um dadurch auch noch Einnahmen zu generieren. Die Provision von so einem Kursverkauf auf der Seite fällt zwar sehr, sehr gering aus, aber trotz dessen gibt es hier unglaublich viele Leute, die euren Kurs kaufen werden. Die Provisionen für einen Verkauf von einem Kurs liegen bei ungefähr 5 Euro, aber trotz dessen kann ich euch sagen, lohnt es sich auf jeden Fall, denn es gibt genug Leute auf dieser Seite, die mehrere Millionen mit ihren Kursen verdienen. Und das auch wirklich nicht nur im englischen Bereich, sondern auch im deutschen Bereich, wo die Konkurrenz natürlich auch aktuell sehr, sehr gering ist. Vom Zeitaufwand her würde ich das sehr, sehr hoch einschätzen, aber trotz dessen kann man das auf vielen, vielen weiteren Plattformen publizieren. Der Verdienst, würde ich sagen, ist auch ziemlich hoch, kommt natürlich immer ganz darauf an, wie gut der Kurs ist. Von den Fähigkeiten muss man natürlich auch ein gewisses Wissen mitbringen, was man den Leuten beibringen möchte. Deswegen würde ich sagen, sind die Fähigkeiten auch ziemlich hoch angesetzt. Möglichkeit Nummer 7, Getty Images. Getty Images ist eine Stockplattform, auf der man seine Bilder, Videos, Grafiken oder auch Musik publizieren kann, um damit online Geld zu verdienen. An sich ist das wirklich eine sehr coole Sache für jeden von euch da draußen, denn jeder besitzt heutzutage ein Smartphone, mit dem man auch diese Videos oder Fotos erstellen kann. Aber natürlich sollte man sich auch mit den Einstellungen der Kamera auseinandersetzen, damit man auch wirklich weiß, wie man den hochqualitative Bilder erstellen kann. Dafür gibt es aber auch wieder das Internet, da möchte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen. Es ist ja auch wirklich möglich, durch einen einzigen Verkauf schon sehr, sehr gutes Geld zu verdienen. Ihr seht, wenn ich auf ein Bild draufklicke, rechts auf der Seite, je nachdem welche Lizenz gekauft wird, kann ich hier auch wirklich eine richtig gute Provision hiervon bekommen. Vom Zeitaufwand her ist das Stockbusiness eher mittel einzuschätzen, von den Verdienstmöglichkeiten eher gering, daher eher weniger Leute so eine Lizenz kaufen. Außer euer Bild ist wirklich sehr, sehr gut. Und von den Fähigkeiten her würde ich das auch eher mittel einschätzen, daher man natürlich auch gewisse Fähigkeiten mitbringen muss, um diese Fotos bzw. Videos zu produzieren. Möglichkeit Nummer 8, Finance Ads. Auf dieser Seite könnt ihr Affiliates zu allen möglichen Themen finden. Also zum Beispiel von American Express könnt ihr euch einen Affiliate-Link kopieren, diesen mit anderen Leuten teilen und dadurch eine gewisse Provision erhalten. Hierbei würde ich euch dringendst empfehlen, dass ihr euch einen YouTube-Kanal anlegt und einfach nur diese Produkte vorstellt. Also ihr könnt American Express mal vorstellen. Das bedeutet, ihr müsst einfach nur auf die Seite draufgehen, dann ein bisschen dazu sagen zu American Express, warum die Leute sich das wirklich holen sollten. Und wenn sich die Leute dann über euren Link einschreiben, den ihr unten in die Beschreibung reinpackt, dann bekommt ihr auch schon eure Provision gut geschrieben. Natürlich kann man das auch mit Freunden und Verwandten teilen oder auf anderen Plattformen wie zum Beispiel TikTok, Instagram, Facebook. Und da kann man natürlich dann auch ganz gute Provisionen bekommen. Es sind wirklich zum Teil Provisionen dabei, was ich euch sagen kann, wo ihr wirklich für eine Einschreibung schon 400 Euro bekommt. Und gerade wenn man die Links sehr, sehr häufig verbreitet bzw. viele Videos dazu dreht, dann kann ich euch sagen, wird das eine sehr, sehr gute Einnahmequelle. Vom Zeitaufwand her würde ich sagen, ist es eher höher angesetzt. Daher man natürlich auch gewisse Zeit investieren muss, um gute Einnahmen zu sehen. Vom Verdienst her ist das wirklich sehr, sehr hoch angesetzt, wenn man auch wirklich viel Zeit investiert. Und von den Fähigkeiten her würde ich sagen, ist das wirklich unglaublich gering eingeschätzt, denn jeder von euch da draußen kann ganz ohne gewisse Fähigkeiten damit problemlos starten. Möglichkeit Nummer 9 und somit auch meine zweitbeste Einnahmequelle, YouTube. Und YouTube ist wirklich unglaublich profitabel, wenn man wirklich guten Content produziert. Und ich kann euch auch sagen, ihr könnt mit wenigen 100 Aufrufen auf euren YouTube-Videos, wenn ihr euch wirklich in der Bildungsnische befindet, auch schon sehr, sehr gutes Geld verdienen. Für YouTube muss man sich auch nicht unbedingt zeigen und braucht auch kein Mikrofon. Es würde auch schon reichen, wenn man eine gute Kamera besitzt, wie zum Beispiel diese Person, die ein Video zu einem Aquarium, das sie in einem Glasbehälter gebaut hat, gedreht hat. Und wie man sieht, hat das auch schon 3,3 Millionen Aufrufe. Vom Zeitaufwand her würde ich sagen, ist das ziemlich hoch angesetzt. Von dem Verdienst eher mittelmäßig. Man kann aber auch mit Affiliate Links in Kombination mit Kooperationen arbeiten. Und dann hat man dadurch auch wirklich wieder einen guten Verdienst. Von den Fähigkeiten her ist das auch ziemlich hoch. Daher man sich natürlich auch damit auseinandersetzen muss, wie man dein Video schneidet und wie man diese aufnehmen tut. Möglichkeit Nummer 10. Pros. Und auf der Seite Pros könnt ihr als Freelancer-Writer arbeiten. Und das Beste daran ist, auf der Seite könnt ihr ein kleines Flipping-Business machen. Das bedeutet, ihr sucht euch auf der Seite onlinejobs.ph einen Mitarbeiter, den ihr für sehr günstiges Geld einstellen könnt. Und dieser wird dann für euch die Jobs auf pros.com erledigen. Hierzu gibt es auch eine komplette Einleitung von einem guten Freund von mir. Und zwar hier von Leon Schautari. Und er erklärt euch in diesem kompletten Kurs, wie denn hier so eine Service-Flipping-Masterclass genau aufgebaut wird. Wenn ihr wirklich vorhabt, euch so etwas aufzubauen, was wirklich eine super Sache ist, was ich mir jetzt auch aufbauen werde, dann würde ich euch hier wirklich zu diesem Kurs raten. Ihr seht hier auch, was ihr bekommt. 60 Videos, VIP-Support bei weiteren Fragen und viele, viele weitere Sachen. Wie man sieht, hat hier auch schon eine Person 20.000 Euro pro Monat durch das Übersetzungs-Flipping umgesetzt. Natürlich kann man jetzt hier als Übersetzer arbeiten. Man könnte einen Ghostwriter anstellen. Also so gesehen, alles, was mit Texten zu tun hat, kann man hier auf dieser Seite als Aufträge annehmen. Vom Zeitaufwand her würde ich sagen, ist das auch wirklich ziemlich gering angesetzt. Der Verdienst ist unglaublich hoch, wenn man mal wirklich drinnen ist. Und von den Fähigkeiten her ist das auch wieder gleich null. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist euch einen Freelancer suchen, um diesen dann mit den Aufträgen zu versorgen. Falls du dir vorhast, auch ein Fiber-Business aufzubauen, dann werde ich dir hier auf dieser Seite verraten, wie du deinen ersten Gig online stellen kannst. Denn da gibt es natürlich auch einige Dinge zu beachten.